Hallo meine lieben Freunde meines Kanales. Nun beflügelt durch die neuen Möglichkeiten, die sich bald ergeben werden, durch Raketen, die wiederverwertbar sind, durch bestimmte Transportsysteme, die es möglich machen, turnusmäßig also auch Material in den Orbit zu bekommen und dann auch darüber hinaus. Zum Beispiel zum Saturnmond Titan gibt es sehr, sehr viele neue Planungen bezüglich Missionen zum Titan. Eine Mission habe ich ja schon mal angesprochen, da geht es um einen Copter, der in der Titan-Atmosphäre tätig sein wird. Das heißt, er wird den Standort wechseln können und da gibt es also Planungen, eine Drohne dahin zu schicken, die tatsächlich durch die Gegend fliegt und sich den Titan ein bisschen näher anschaut. Und jetzt gibt es auch tatsächlich eine interessante Mission bezüglich eines U-Bootes. Das wird momentan auf der Erde getestet, da werden verschiedene Bedingungen nachgestellt. Es wird geguckt, welche Temperaturen gibt es auf dem Titan, welche Kohlenwasserstoffe werden bei welcher Temperatur, zum Beispiel flüssig. Bei Universal Sandbox 2 müssen wir die Atmosphäre mal wegnehmen, dass wir uns den Nordpol angucken können. Also diese dunklen Bereiche hier, das sind die Titanmeere, die bestehen aus Kohlenwasserstoffen, zum Beispiel aus flüssigem Methan, aber auch Stickstoff ist in diesen Titanmeeren vorhanden. Und das ist das Problem, welches man sich bezüglich einer U-Boot-Mission ein bisschen genauer anguckt. Denn dieser Stickstoff gast unter bestimmten Temperaturen dann aus, auch auf Temperaturen, die es auf dem Titan gibt, und sorgt dann, naja, wie bei uns auf der Erde mit dem Methaneisvorkommen unterhalb des Ozeans für Probleme. Bei uns auf der Erde ist es so, wenn Methaneis eine kritische Situation erreicht, gast es aus und bildet große Blasen, die nach oben steigen. Wenn ein Schiff zum Beispiel über einer solchen Blase gerade positioniert ist, dann führt das dazu, dass das Schiff untergeht, weil das Gas natürlich den Auftrieb dementsprechend beeinflusst. Und das wird eben jetzt momentan getestet, wie kann man ein U-Boot auf dem Titan wirklich vernünftig betreiben. Warum hat man das jetzt irgendwann mal in die Planung mit reingenommen? Nun, es ist so, dass diese Meere, die wir hier sehen, also diese dunklen Flecken, miteinander verbunden sind. Da gibt es unterirdische Systeme, die dafür sorgen, dass sich diese Meere nivellieren. Also der Meeresspiegel auf dem Titan ist ungefähr gleich. Und das ist eben auch die Voraussetzung dafür, dass man sagt, okay, da gibt es wahrscheinlich unterirdische Verbindungen und genau das will man sich näher angucken. Das ist natürlich auch wieder eine sehr interessante Mission. Eine ähnliche Mission wird momentan für den Jupiter-Mond Europa geplant. Da wird auch mit einem U-Boot hantiert. Das heißt, da ist es allerdings ein bisschen schwieriger, denn bei Europa muss man erst die Eisdecke durchbrechen, dass man also in diesen unterirdischen Ozean aus Wasser kommt. Bei Titan ist es in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher, weil auf dem Titan Gott sei Dank keine Eisschicht besteht. Man hat sich aber sehr genau damit beschäftigt, ob man auf dem Titan auch Eisberge finden könnte. Das heißt, gibt es in diesen Methanmeeren verfestigte Stoffe, die zum Beispiel den Betrieb eines U-Bootes gefährden könnten, etc., etc. Also eine wirklich interessante Geschichte. Das wird momentan auf der Erde getestet. Also die Bedingungen werden nachgestellt, um eben dann, wenn man eine Mission plant, eine U-Boot-Mission möglichst viele Daten hat, um das Ganze dann umsetzen zu können. Das hat natürlich auch alles etwas damit zu tun, dass man auch in den Wissenschaftskreisen davon ausgeht, dass die Raumfahrt an sich, also das Betreiben solcher Missionen oder Umsetzen solcher Missionen günstiger wird. Das heißt also, dass die Kosten bezüglich eines Staates günstiger werden, weil momentan sich auch sehr, sehr viele Raketen in der Entwicklung befinden, die solche Missionen möglich machen werden. Natürlich wird das kein riesiges U-Boot sein und natürlich wird es auch nicht bemannt sein. Es wird ein automatisiertes System sein, das mit einer Sonde in die Atmosphäre eindringt, des Titans, dann absinkt und dann vermutlich mit einem Fallschirmsystem im Wasser, Entschuldigung, im Wasser, naja, man ist halt einfach auch irgendwo im Sprachgebrauch irgendwo behangen, also in den Titanenmeeren, die aus flüssigen Kohlenwasserstoffen bestehen, niedergeht und dann die Aufgabe übernimmt, sich das genauer anzugucken. Das ist, wie soll man sagen, hochinteressant, finde ich, dass man sich eben auch mit diesen Thematiken jetzt ein bisschen näher beschäftigt. Wir werden also in den nächsten Jahren sehr viele Missionen erleben, zu zum Beispiel den Saturnmonden und zu den Jupitermonden. Es gibt natürlich sehr, sehr viele interessante Objekte innerhalb unseres Sonnensystems. Wir dürfen bei der ganzen Geschichte natürlich auch nicht vergessen, dass wir sowohl im Saturnbereich als auch in den Bereichen des Jupiters hochinteressante Monde haben, zum Beispiel auch Enceladus. Auch Enceladus ist natürlich ein hochinteressantes Thema, weil er von einem Eispanzer umgeben wird und man davon umgeben ist und man davon ausgeht, dass es innerhalb dieses Mondes tatsächlich einen flüssigen Ozean aus Wasser gibt, sogar heiße Quellen. Auch hier wird man Missionen starten, die sich den ein bisschen genauer angucken. Also hochinteressante Zeiten stehen uns bevor bezüglich der Erforschung unseres eigenen Planetensystems und nochmal angedeutet das Thema mit der Vergünstigung der Raumfahrtkosten. Das wird dazu führen, dass auch kleinere Forschungsteams sich mit der Thematik beschäftigen, Sonden zu konstruieren. Wenn also die Möglichkeit besteht, Material günstig in den Orbit oder ins Sonnensystem zu bekommen, werden sich immer mehr damit beschäftigen. Und natürlich dann auch solche interessanten Missionenplanen, U-Boote, Copter, die sich dann auf fremden Planeten oder Monden tummeln. Das ist doch wirklich eine hervorragende Aussicht, auch für alle, die sich für dieses Thema näher interessieren. Also mein Lieben, ich packe euch mal den Link unten dann in diese Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das Thema ein bisschen besser durchlesen. Natürlich ist das alles noch ein bisschen in der Planung, aber ich denke mal, dass wir solche Missionen bis 2030 auf jeden Fall erleben dürfen und natürlich hochinteressante Eindrücke dann bekommen vom Titan, den wir ja zwar schon ein bisschen untersucht haben, aber noch nicht so genau, dass wir da auch wirklich gutes Bild- und Videomaterial haben. Aber das können wir uns ja dann angucken, wenn die Missionen starten. Ciao, bis zum nächsten Mal.